Hallo und herzlich willkommen inzwischen schon zur sechsten Mindstyle-Speech-Night. Egal was kommt oder egal was ich Negatives erlebe, dann weiß ich, wow, ich mache das Richtige. Es braucht Mut, den Schritt aus der Mauer hinaus zu machen, aber ihr werdet zehnfach belohnt. Ich sage dir eines, an dem Tag, wo du anfängst, deinen Geist über deinen Körper zu stellen, gehört der Realität dir. Es macht Sinn, wenn man wirklich in seinen eigenen Lebensplan schaut. Wo bin ich hochtalentiert? Wo steht dieser Chiron? Alles verändert sich. Auch die Werte und Wertevorstellungen dürfen sich verändern. Es geht darum, was man wirklich braucht. Es war ein total toller, cooler Abend mit vielen Auf und Absen, mit ganz vielen besonderen Menschen. Ich bin heute das erste Mal da und es ist voll cool und ich schaue mir das sicher noch einmal an. Verschiedene Themen, alle interessant. Wollen der Englisch ist einfach emotional ein ganz intensives Thema und mit seiner Ansprache, seiner Rede, der hat mich total gefangen. Wir erfüllen Menschen den letzten Wunsch, wenn sie schwer krank sind und wenn sie unsere Hilfe benötigen. Wenn ich zu Ihnen sage, nach dieser Speech-Night fahren Sie nach Hause und werden morgen tot umfallen, was wäre Ihr letzter Wunsch? Zum Mond fliegen. Das kann nur von einem Fadelberger kommen. Das ist das, was im Leben zählt für mich. Dass wir eine gute Zeit miteinander haben. Danke. Was ist das, was wir machen, wenn es für Sie Vestiger geht. Untertitelung des ZDF, 2020